Was geht ab, liebe Leute? Willkommen zurück zu Call of Duty Infinite Warfare. Schön, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt. Mit dabei seid. Oh, fuck. Alter, schwierig. Schön, 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 schön. Kashima! Holy shit. Mieser Move, Raze. Mieser Move. Oh, Leute. Haut nochmal schön die Bewertung raus. Jetzt hier, ich zähle auf euch, dass wir das nochmal zum Schluss ordentlich durchziehen. Die letzte Folge hat ein bisschen abgeschwächelt. Ja, also da geht einfach noch mehr. Ich weiß, dass es in euch steckt. Und wenn ihr wirklich da so Bock drauf habt, dann supportet mich da gerne. Wäre auf jeden Fall extra nice von euch. Und zwar ein geiler Scheiß. Du kleiner Ficker, Alter. Ich mach dich platt. Oh, please not. Die hat ganz gut reingehaut, die Granaten. Granaten-Gott-John. Ich stelle halt. Ach, der ist, der ist ja gar keiner mehr. Komm, los geht's, Leute. Ich zieh die Scheiße durch mit euch. Was ist denn los? Oh, fuck. Ich hab nicht... Ich hab gerade... Gerade auf mein Handy geguckt. Scheiße. Gerade auf mein Handy geluckt. Was ist das denn für ein Knarre? Die ist ja neu. Was ist das? Rotviertel. Das Hackmodul. Reyes, da drin sind Bots. Versuche einen zu hacken. Arbeiterdrohnen. Unbewaffnet. Roger. Rein da. Ich sehe, Coach. Ich kralle ihn mir. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er die Zerstörungssequenz aktiviert. Das war zu viel, oder? Ja, ja, ja. Ionen-Ausstoß aufs Maximum. Stopp, die Drohne! Selbstzerstörungst... Na, Coach, du Stück Scheiße. Gefällt dir das? Das Ziel lebt noch. Ethan, Zerstörung stoppen und Bots sichern. Nein, Sir. Die Bots sind deaktiviert, Captain. Olympus C6 sind jetzt unter meiner Kontrolle, Sir. Alles harte Truppen. Hier ist Captain Reyes. Wir haben die Kontrolle über die Olympus Mons. Töte das Schwein Reyes. Ihnen fehlt, was es zum Siegen braucht. Für Sie hätte es locker gereicht, Coach. Mich zu töten ist kein Sieg. Ich tötete Ihren Admiral. Ihr Schild ist ausgefallen. Tod ist keine Schande. Der Captain hat die Brücke. Marines, schaffen Sie ihn weg. Sehr gut, Captain. Start auf Ihrem Befehl, Hintzer. Olympus Mons! Abflug! Hey, Hörn! Die Front weiß nicht, dass die Olympus uns gehört. Wir fliegen zum Mars. Ethan, setz einen Sprungkurs zur SDF Orbitalwerft. Wir setzen Ihr eigenes Schiff gegen Sie ein und greifen von der Brücke der Olympus aus an. Die Front hat unsere Flotte zerstört. Zahlen wir Sie ein Heim. Was ist mein Befehl, Sir? Sie warten hier, Gator. Bleiben Sie auf Abruf. Einleiten, Ethan. Koordinaten eingegeben. Drei, Zwei, Eins. Eintritt in drei, zwei, eins. SDF Schiffswerftpeilung 000, Captain. Wir kämpfen uns durch diesen Verteidigungsschirm und greifen dann kompromisslos an. Aktiviere Waffen. Olympus, Status bestätigen. Ihre Waffen sind aktiv. Negativ Tower, Olympus Waffen sind gesichert. Bereit für Systemcheck. Zielerfassung auf Ihrem Hardcapt'n. Raketen abfeuern! Eiser! Feuer! Sir, Sie können ein Großkampfschiff ins Visier nehmen. Spektralkanone ist online. Halt, ihr Scheiße. SDF-Truppen schlagen zurück. Bereit machen für Kontakt. Die Strahlung könnte gefährlich sein. Also, wahrscheinlich. Kanone voll geladen, Sir. Die Kampfgruppe. Die Waffenquatsch! Tower! Er hat gerade nicht zu sprechen. Weiterfeuern! Waffenkapazität auf 75% gefallen. Kapten, Waffenkapazität unter 40%. Scheiße, wir brauchen jedes kleine bisschen. An alle Stationen. Olympus ist feindlich. Oh, Scheiße, Leute. Was geht hier eigentlich fucking nochmal ab? Zahlt, dem Schiff bleibt nur in Reserve. Alles rausballern, was wir haben. Immer noch aus der Reichweite. Das kann er nicht angehen. Reicht das eigentlich, wenn ich so... Nee, das muss komplett aufgeladen sein. Ja, ja, ja. Ey, wie viele Schiffe ich noch... platt machen muss für die Scheiße hier, ey. Bam! Ethan, Status! Verbleibende Waffensysteme sind offline, Captain. Wir haben nicht genug Feuerkraft zum Zerstören der Werft. Ethan, Kurs auf die Werft halten! Was ist der Plan? Du und ich, wir versuchen die Waffensteuerung wieder in Betrieb zu setzen. Verstanden. Rufs, Kashima, die Brücke sichern. Lieutenant? Ja, ma'am. Ethan, du hast das Kommando. Rufname Metal 1. Bewegung! Ethan hat das Kommando? Geiler Typ, Alter. Lieber ihn als sie. Ihr wisst, wie es läuft, Leute. Die alte Wollung, wenn wir nicht am Drücker haben, oder? Ich brauche schon mal ein bisschen Munition, Jungs. Was soll denn hier? Ja? Let's go, 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 go. Sollen sie kommen, die kleinen Pisser. Sollen sie ruhig kommen. Was schießt der hier mit Raketenwäfer durchgehängt? Was soll das werden, Kumpel? Wow, ich habe mich am Arsch lecken, ihr kleinen Pisser. Nicht mit Snapper. Piller. Oh. Der ist tot, der ist tot. Los, meine kleinen Sucher-Bots. Hol sie euch. Oh, shit. Jetzt ist der auch tot. Da kommt einer angelaufen. Hier holt mich ein Scheißdreck. Die Klinik hat die schon mal? Was ist denn das für ein Ding? Sir, die Werft ist in Reichweite. Was sollen wir tun, wenn wir die Waffen nicht in Betrieb nehmen können? Dann bleibt uns immer noch die Olympus Mons. Wir können die Werft rammen. Ein Kollisionsmanöver? Eine direkte Kollision sollte die Werft zerstören. Aber die Steuerung beziehen. Oh, die platzt gleich auf. Okay, ich dachte, die platzt gleich auf die Tür durch eine Druckwelle oder so. Rücke, uns bleibt keine Wahl. Kollisionskurs auf Werft setzen. Captain, die Olympus wird von den SDF-Truppen zerrissen, bevor wir das Ziel erreichen. Wir brauchen Jack-Up bei unserer Position. Wir geben Luftunterstützung. Halte die Olympus auf Kurs zur Werft. Volle Kraft voraus. Verstanden? Zu den Waffen. Sie greifen uns an. Holy shit. Den auch noch wegmachen bitte. Please. Warum ist es schon wieder auf... ...Sniper-Modus? Wo bleiben meine Vögel, Metal 1? Kommen sofort, Sir. Ich sehe sie. Radar und Kommando. Ich brauche die Retribution zur Feuerunterstützung und zur möglichen Evakuierung. Verstanden? Bestätigt, Captain. Die Navigationssysteme der Retribution sind jedoch beschädigt. Die Sprunggenauigkeit kann nicht garantiert werden. Keine Sorge, Gator. Ich wichse sie jetzt mit dem Jackal weg. Olympus verteidigen. Feuer eröffnen. Verstanden. Drei, zwei, eins. Die Retribution ist im Einterstrich. Auf in den Kampf sort. Verstanden. Metal 1. Wir geben Feuerschutz mit der Rett. Du behältst das Ziel im Auge. Also. Gefahr Südosten. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Fuck, fuck. Leck mich doch am Arsch. Aber ich brauche alle verfügbaren Jackals. Ich weiß, dass sie eine Spitzenpilotin sind. Viel Glück, Lieutenant. Deine Captain. Oh, jetzt brauchen wir jeden. Jetzt geh doch drauf, Junge. Was ist los mit dem? Hammerhart, ey. Der denkt doch jetzt. Geht's um alles. Ach ja, warte mal. Es geht um alles. Gut gemacht, Junge. Gut gemacht. Aber gegen mich hast du keine Chance. Ist der jetzt schon, ist die jetzt schon tot oder was? Verstanden. Retribution für Evakuierung vorbereiten, Gator. Höhen in die Fäderung und Kurs ist kritisch. Bestätigt. Wir sind dicht dran. Volle Kraft voraus. Ey, Mann. Ziel, Backbord. Antritt, ja. Mein Gott. Ich glaube, die wurde auch schon länger nicht mehr durchgerödelt. Was ist hier los, Mensch? Endlich. Das war Nummer 2, das ist Nummer 3, das ist Nummer 3, das ist Nummer 3. Den hole ich mir jetzt. Wow, sorry, sorry. Wow, 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 wow. Ich brauche immer neue Raketen, aber ich glaube, jetzt in der Schlacht kriege ich keine neuen. Ich glaube, das ist Nummer 3, das ist Nummer 3, das ist Nummer 3, das ist Nummer 3. Käpt'n, Ziel leeren sich, Lieutenant Solters Position. Reyes, hilf sie dir. 1-1 ist getroffen, doppelter Triebwerksausfall. Versuche es mit Hilftriebwerk. Battle 1, das war's. Du kannst die Werft rammen. Käpt'n, die Ratel ist an Höhe. Wir können nichts tun. Bestätigt, Sie kreisen unseren Kurs. Kollision steht bevor. Rief hin, hochziehen, sofort. Nein, Sir. Scheiße. Mayday, Mayday, Mayday. So, und manchen Systeme reagieren nicht. Wir richten uns ab. Padreale Stationen. Navigationssysteme der Retribution sind ausgefallen. Totaler Energieausfall. Es ist ein scheißes Abreder. Ein Sold. Mayday, Mayday, Mayday. 1-1 bricht auseinander. Können Sie nicht halten. Oh, shit. Oh, shit, Leute. Das sieht nicht gut aus. Ah, kritischer Schatten. Anall, Anall erleiden kritische Ausfälle. Nein. Siegschiff kann Höhe nicht halten. Alle von Bord, alle von Bord. Die Rentschkürstab auf Einschlag vorbereiten. Retribution, hier, Raider. Empfangen Sie mich. Gator. Gator. An der Absturzstelle, schwere Blutung. Brauchen sofortige Evakuierung. Hier, 1-1. Bestätige Evakuierung. Wie ist Ihre Position? Negativ. 1-1 überträgt Blint. Wiederhole, negativ. Wie ist Ihre Position? Ethan. Hier drüben, Sir. Marines. Gut, dass Sie hier sind, Sir. Sergeant Brooks ist da drüben. Danke, Marine. Versorgen Sie ihn. Ja, Sir. Käpt'n! Beeilung, Sir! Das muss runter von ihm! Halt durch, Kumpel! Käpt'n Reyes hilft uns! Kein Problem, Sir! Mir geht's gut, Commander. Ich stecke nur etwas fest. Okay, das wird schon Cash. Ich stehe den Kappen! Er blutet stark! Ihr müsst die Blutung stoppen! Ich suche einen Medikin! Rücken Sie für mich auf die Bundeswehr! Ich habe ihn! Los! Tut mir leid, Sir. Ich blute immer so stark. Keine Sorge, Cash. Ich bin da. Ob ich da für ein Püppelhaut kriege? Da wäre der Lieutenant beeindruckt. Ja. Sie wird sich freuen. Ich kann... Ich kann noch kämpfen. Das weiß ich, Marine. Wir bringen Sie schon wieder aufs Feld. Rox, wo ist das Medikin? Na los! Ist es Regen, Sir? Ruhe in Frieden, Cash. Ich konnte nichts finden, Sir. Schon okay, Sergeant. Schon okay. Was für ein Tag, Commander. Siemphathe, Marine. Ich bin der Torett. Sir. Marines! Halt! Identifizieren Sie sich! Blau! Blau! Commander Reyes! Ich hab mal Rings dabei! Commander! Sergeant! Gut Sie zu sehen! Hier entlang! Captain! Lieutenant! Wo warst du, verdammt? Schön, dich zu sehen, Salt! Bruce! Ma'am! Kashima? Im Kampf gefallen. Gibt's dann auch. Friede den Gefallenen. Ihre Männer erwarten Sie bereits, Sergeant. Befehle folgen. Marines, zu mir. Statusbericht. Wir haben geborgen, was wir konnten. Wir haben geborgen, was wir konnten. Kommt aktiviert! Der Lift zur Schiffswerft liegt 100 Kilometer Nord-Nord-Ost. Wir sind hier mitten im Niemandsland. Ein SCF-Sperr kam vorbei. Er ist Geschichte. Es wird ein Meer kommen. Wir sind bereit. Wir sind bereit. Start kommen? Kein Signal. Wir sind isoliert. Ich werde für unsere Sicherheit sorgen. Sie sind der Anführer, Sir. Nicht der Erlöser. Ich trage die Verantwortung, Chief. Ganz recht. Sie gaben den Befehl. Captain. Für sein Schiff und die Crew, Chief. Und das ist nobel, aber die Schiffswerft ist noch intakt. Hören Sie, die Stärke des Rudels steckt in allen Wölfen, Captain. Voll rein. Egal, was es kostet. Sie waren bereit. Also, wenn man diese Art Entscheidung nicht treffen will, hat man, so wie ich, nichts mehr zu kommandieren. Ich töte nicht die Crew, indem ich mein Schiff ramme. Sie wollten siegen. Das sieht nicht nach Sieg aus. SDF-Sperr. Entdeckung. Munition im Auto behalten. Warten, bis er nah ist. An alle Stationen. Hier mit Lines. Ethan, wo bist du gerade? Unterwegs, Sir. Lande jetzt. Nicht feuern. Die Roboterarmee ist jetzt einsatzbereit, Sir. Er hat die Olympus-Bots gehackt. Cleverer Kerl. Wie viele hast du? Volle Kompanie, Sir. Ich meine, sie sind Idioten, aber können kämpfen. Gute Arbeit, Metal 1. Landen und bereit machen. Aye, Sir. Wir sind alle dabei, Sir. Danke, Chief. Dann wieder an die Arbeit. Aye, Sir. Hier im Graben sitzen wir auf dem Präsentierteller. Wir bleiben nicht hier. Wir greifen an. Da oben. Die Tore stürmen. Nach oben kämpfen und sein Schiff besorgen. Weiter sagen. Okay. Bereite Transport vor. Geh da draußen zu Griff. Du brauchst eine Waffe. Sord. Gut, dass du noch da bist. Egal, was kommt. Egal, was kommt. Sahara, erst die Luftabwehr. Dann können wir uns Gedanken um den Angriff machen. Status. Transmitter steht. Wir sagen nichts. Jeden Verkehrsum noch mehr. Raus als Scheiße. Oh, wir sind schon wieder in über 20 Minuten. Was ist hier los? Was ist los? Hamilton, ich brauche Sie da draußen an meiner Seite. Danke, Captain. Ich mache dann weiter. Hamilton, Alter. Krass, Herr Scheiß. So, holen wir uns noch kurz eine Waffe. Irgendwelche Empfehlungen, Griff? Was auch immer die meisten tötet und mir noch ein paar übrig lässt. Rutschseil. Aha. Okay, ein bisschen mehr. Oh, wow, 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 wow. Hackinggerät. Sucher-Bot und Schock-Granate. Okay. Hä, wir sind doch schon über 20 Minuten, warum zockt der immer noch weiter? Was ist los mit dem? Krasser Typ, auf jeden Fall. Ich habe hier einen Satz auf dem Tisch hier drüben, Sir. Griff, ich brauche Sie an der Waffe. Wer, Sir? Mac. Sie leiten Team Echo. Ich werde bereit sein, Captain. Okay. Okay. Oh, Mann, 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 Mann. Gibt es jetzt einen Kontrollpunkt? Ey, ach, komm, heiße. Möge dein Weg offen vor dir liegen. Der Wind steht in deinem Rücken sein. Haut da einfach eine längere Folge raus als... ... als die Planer. 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 Wer ist im Cockpit? Borgs, wir sind in guten Händen. Borgs, tief fliegen und Radar und Luftverteidigung meiden. Eis, Herr. Das hier ist für Sie, Captain. Wir haben nur wenige, aber ich wusste, Sie schaffen es, Sir. Freut mich, Ihr Titel. Grünes Licht, Borgs. Statt in 3, 2, 1. Alle hergehört. Wir kämpfen hier nicht, um zu gewinnen. Wir kämpfen, damit die, für die wir kämpfen, nicht verlieren. Zu Hause gibt es Milliarden von Menschen, die nicht wissen, was wir hier tun. Aber sie werden von unseren Taten erfahren. Viel Glück da draußen. Hurra! Unser Primärziel ist die Infiltrierung der Orbital-Plattform. Direkt zur Schiffswerft zu fliegen geht nicht, wegen Ihres aktiven Abfangsystems. Also wird es ein Bodenangriff. Ethan's Boards werden für Ablenkung sorgen, während unsere Ravens am Rand des Plattform-Perimeters eindringen. Wir müssen drei Luftabwehrkanonen ausschalten, damit unsere Vögel reinkommen und Unterstützung leisten können. Ich weise die Antillerie, die ich von der Olympus Monster beordert habe, an, die Luftabwehr anzugreifen. Captain, ich gebe Ihnen Zugriff auf eine Drohne, um die Eingriffspositionen zuzuweisen. Das wird bombig. Bestätigt, Ethan. Sind die Kanonen ausgeschaltet, dringen wir in die Anlage ein und hoch zur Schiffswerft. Andocken in fünf Sekunden. Verstanden, Box. Es geht los! Roger! Achtung! Landenzone ist heiß! Radar in Bravo 1. Für Infiltration aus Westen folgen. Alle sofort für den Einstieg bereit machen! Gutschauen! Geschütze! Los! Okay, Leute, jetzt ist aber Schluss. Jetzt ist Schluss. Wir haben schon fünf Minuten überzogen hier. Und so geht das nicht. Das darf nicht sein. Nee, Quatsch. Kann man auch gerne mal machen. Auch wenn die letzte Folge... Wie gesagt, ein bisschen wenig supporten, Leute. Supportet das Ganze nochmal kräftig. Lasst nicht nach. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Danke dafür. Danke an alle Supporter da draußen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und ihr schaltet auf jeden Fall ein. Weil jetzt kriegen die Mars Boys richtig auf den Sack. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss!